Hallo und herzlich willkommen zum e-Tutorial Reservierung von Einzel- und Gruppenarbeitsräumen. Das Tutorial zeigt Ihnen, wie Sie auf den Webseiten der Bibliothek einen freien Einzel- oder Gruppenarbeitsraum finden und buchen können. Dies ist für alle TU- und UDK-Studierenden möglich. Wir beginnen auf der Startseite der Universitätsbibliothek. Über Lernen und Arbeiten gelangen Sie auf die Übersichtsseite der Gruppenarbeitsräume. Unter dem Punkt Gruppenarbeitsräume, Lage und Ausstattung sind die Größe und Ausstattung der Räume im Detail aufgelistet. Um herauszufinden, wo sich der Raum befindet, klicken Sie auf die Raumnummer. Es erscheint ein Lageplan der Bibliothek. Der Raum 212H befindet sich zum Beispiel ganz oben links in der nordöstlichen Ecke der zweiten Etage. Workbays sind sichtgeschützte Gruppenarbeitsplätze. Um herauszufinden, wo sich ein Workbay befindet, klicken Sie auf Workbays Lage und Ausstattung. In diesem Fall möchten wir einen Gruppenarbeitsraum reservieren. Die Reservierung von Workbays funktioniert genauso. Wenn Sie sich für einen Raum entschieden haben, klicken Sie auf Zur Reservierung. Sie können jetzt wählen, ob Sie einen Raum in der Zentralbibliothek oder der Bibliothek für Wirtschaft und Management buchen möchten. Wir entscheiden uns für die Zentralbibliothek. An dieser Stelle können Sie auch einen Einzelarbeitsraum in der Zentralbibliothek buchen. Der Buchungsbildschirm erscheint. Waagerecht werden Raumnummern angezeigt und senkrecht die Uhrzeiten. Felder, die lila eingefärbt sind, bedeuten, dass ein Raum zu dieser Uhrzeit bereits gebucht ist. Felder, die türkis eingefärbt sind, stehen für eine Vormerkung. Und Felder, die grau eingefärbt sind, bedeuten, dass die Bibliothek geschlossen hat. Gruppenräume können bis zu zwei Wochen im Voraus gebucht werden. Um ein späteres Datum auszuwählen, klicken Sie auf den dunkelgrauen Pfeil. Zudem können Sie hier zwischen Gruppenräumen und den Workbays wechseln. Um einen Raum zu reservieren, müssen Sie sich anmelden. TU-Studierende melden sich mit ihrem TUB-Account an. UDK-Studierende melden sich mit der Nummer ihres Bibliotheksausweises und dem Passwort an. In unserem Fall möchten zwei UDK-Studierende den Raum reservieren. Klicken Sie jetzt in der Tabelle auf die Zeit, ab der Sie den gewählten Raum reservieren wollen. Jetzt können Sie eingeben, bis wann Sie den Raum buchen möchten. Pro Woche können maximal zwölf Stunden reserviert werden. Als UDK-Studierende benötigen Sie noch die Ausweisnummer eines zweiten Mitglieds Ihrer Gruppe. TU-Studierende tragen hier den Namen des TUB-Accounts der zweiten Person ein. Bestätigen Sie mit Erstellen. Ihre Vormerkung wird jetzt in hellblau angezeigt. Melden Sie sich ab. Der erste Teil der Reservierung ist hiermit abgeschlossen. Jetzt muss das zweite Mitglied Ihrer Gruppe zur Tat schreiten und sich anmelden. Als UDK-Studierende geben Sie die Ausweisnummer des zweiten Gruppenmitglieds mit dem dazugehörigen Passwort ein. TU-Studierende melden sich an dieser Stelle mit Ihrem TUB-Account an. Klicken Sie auf das hellgrüne Zeitfenster, das für Ihre Vormerkung steht. Jetzt können Sie die Vormerkung bestätigen und der Raum ist endgültig für Sie reserviert. Vormerkungen, die nicht innerhalb von einer Stunde bestätigt werden, verfallen. Sie können die Reservierung jederzeit bearbeiten oder löschen. Zum Abschluss stellen Sie bitte sicher, dass Sie ausgelockt sind. Die Gruppenarbeitsräume sind nicht abgeschlossen. Sie brauchen also keinen Schlüssel. Wenn Sie mehr wissen möchten, fragen Sie uns oder schauen Sie sich unsere weiteren Tutorials an. Die Gruppenarbeitsräume sind nicht abgeschlossen.